Teddy, zieh weiter, 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 prima, heb auf, zu mir, danke. Drehen, noch einmal und drehen, komm her, tanzen, super, noch einmal, du kannst es aber toll, tanzen, tanzen, super, prima. Teddy, warte, so, jetzt zieh, Handtuch, weiter, schweinchen, jawohl, guck mal, da ist noch dein Fisch, Fisch, super, und zieh, zieh. Na los, weiter, 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 zieh, noch ein Stückchen, noch ein Stück, oh, du machst das ja super, komm her, zu mir, komm zu mir, jawohl, weiter, 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 und stopp, stopp. Zu mir, zu mir, danke, weiter, 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 und noch ein Stück, zu mir, heb auf, nein, die Klammer, die Klammer, danke, und den Lappen, zu mir, hier, prima. Na komm. Untertitelung des Zimbus Das ist doch was, Apolli. Eigentlich noch mal, ne? Ja. Ja. Teddy? Von? Apport? Zu mir. Vorsichtig. Also Teddy muss jetzt warten. Ich habe jetzt den Turm hier oben platziert. Da er ihn nicht erreichen wird, müsste er mindestens zweimal bellen. Teddy, Suchturm. Aus. Aus. Okay, das war... Klasche. Apport. Na komm. Küche. Hier, hier, hier. Teddy, nein, nicht kaputt machen. Prima. Noch eine Flasche. Teddy zu mir. Sitzen. Stinky, Apport. Stinky, Apport. Ja, prima. Super. Schweinchen? Schweinchen? Apport. Wo ist denn Schweinchen? Teddy, Apport. Jawohl. Und sogar gequietscht hat's. Prima. Und wo ist denn Teddy? Teddy, Apport. Auf der Decke. Auf der Decke. Heb auf. Teddy, lebst du noch? Wo ist denn Teddy? Wo ist er, der Kleine? Nein, auf der Decke. Decke. Teddy, heb auf. Wo ist dein Teddy? Wollen wir mal gucken? Oh, du hast Gedächtnisverlust. Teddy? Ja, was denn nun? Da ist er doch. Komm, heb auf. Hier, gebrochen. Danke schön. Und auf deine neue Decke. Und Platz. Na, super. Ja, der Hund ist ein bisschen zu groß für diese kleine Decke. Aber das macht ja gar nichts. Auf jeden Fall tut sie ihm gut. Zu mir. Stopp. Prima. Zu mir. Und sitz. Und sitz. Klasse. Klasse. Sitz. Jetzt fliegt die Scheibe über den Zaun. Geh rum. Und Teddy geht um den Zaun. Und Scheibe. Heb auf. Na klar. Vorführeffekt. Wo ist die Scheibe? Ja, super. Zurück. Und er kommt jetzt zu mir zurück. Ich hoffe, er ergibt sie mir jetzt. So. Prima. 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 Prima.